Ja, meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen am Stand der Duden-Redaktion. Das ist eine kleine Diskussion, die wir verschriftlicht haben, die wir im letzten Jahr geführt haben, weil uns genau dieses Thema eben, ist es denn eigentlich egal, wie wir schreiben oder ist es das vielleicht doch nicht, also hoffentlich ist es das nicht natürlich, mit drei Teilnehmern diskutiert haben und ein kleines Kuhlein daraus gemacht haben, das eine riesen Resonanz erfahren hat. Die Rechtschreibung eint, das ist eine Übereinkunft, die diesen deutschen Sprachraum eint. Geschriebene Sprache ist empfindlicher und dieser Empfindlichkeit müssen wir vor allem dann Rechnung tragen, wenn wir uns eben an ein größeres Publikum wenden oder wenn wir uns an eine Einzelperson wenden, aber maximal positiv rüberkommen wollen. Also mir hat es ein unglaubliches Vergnügen bereitet, mit diesen drei Menschen dieses Buch zu erarbeiten bzw. diese Diskussion zu führen. Wir haben Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen hier zusammengeführt und das war eben das Spannende. Natürlich alles Menschen, die sich mit Sprache beschäftigen, aber die auch einen sehr unterschiedlichen Blickwinkel auf das Ganze haben. Beim Hier Untertitelung des ZDF, 2020